Eat your Bible mit Josias Burger und Christrauch Schon wieder eine Woche Eat your Bible. Hallo Josias. Hallo Chris. Siehst du fit aus heute? Ja, ich fühle mich auch relativ fit. Machst du eigentlich Sport? Ja, einmal in der Woche gehe ich gar nicht schütten, wenn es irgendetwas geht. Genau, du hast mir das ja gesagt, darum frage ich auch. Und es ist eh spannend, immer wenn wir unseren Podcast machen. Das Thema Sport ist bei dir etwas Grosses. Wir haben mal den Rufer in der Wüste gekannt. Du hast gesagt, es sei dann also nicht Sascha Rufer, wie gemeint. Und den Marc Ottermann hast du ja auch schon angesprochen. Also du bist richtig sportbegeistert. Ja, Sport ist ein wichtiger Teil von meinem Leben, würde ich sagen. Und du gehst Fussball spielen? Ja, das sind so Kollegen, die ich noch von Silas herkenne. Und dann treffen wir uns einmal in der Woche. Und dann schütten wir so, also völlig blauschmässig Training. Und wenn es gut geht, haben wir vielleicht auch mal ein Spiel draussen. Im Winterhalbjahr sind wir natürlich in der Halle drin. Und was haben Sie für einen Namen? Ja, wir sind der HSV. Also Heinzelberger Sportverein. So gut. Und deine Position, die muss ich natürlich auch noch wissen. Ja, ich bin auch schon Flügel gewesen, aber mit dem Alter wird man dann so langsam durchgereicht zum Innenverteidiger. Das mache ich noch recht gerne, weil man so ein bisschen Übersicht hat und kann von hinten aufbauen. Ja, auch als Pfarrerverteidiger passt total. Lustigerweise, ich war auch immer Verteidiger. Das war immer so meine Standardposition. Und wie regelmässig hast du denn ausgeschautet? Ah ja, als Kind natürlich im FC und dann habe ich auch damit eigentlich aufgehört. Jetzt bin ich mehr so Einzelsporter. So ein Skifahrer, Stand-up-Buddel habe ich noch entdeckt. Das ist auch noch ganz etwas Tolles. Bei mir eigentlich lustigerweise ein Einzelkämpfer, wieder ein Mannschaftssportler. Das ist noch spannend, weil bei mir ist jetzt wirklich Fussball das Faszinierende, wo ich daran finde, dass es eben ein Spiel ist und das Zusammenspielen immer wieder neue Situationen entstehen. Und das finde ich, ja, Teamsport finde ich sehr spannend. Ich könnte jetzt nicht allein an einem Ball nachspringen. Ja, ginge nicht. Aber so sind wir verschieden, siehst du? Wir sind verschieden und gleich ähnlich. Eben, das Team mag ich eben an sich auch. Ich bin einfach koordinativ nicht so gut, dass ich im Team verhebe. Darum habe ich mich für Einzelsport entschieden. Aber für einen speziellen Match könntet ihr vielleicht auch mal aufbieten? Ja, also als Verteidiger, ich war immer eine gute Stütze. Wenn sie einen Verteidiger gebraucht haben, dann haben sie immer bei mir angerufen. Ich habe noch schnell Zeit, um schnell einspringen. Sehr gut. Chris, wir zwei als Innenverteidiger. Oh, das wird lustig. Ich glaube, das wird wirklich lustig. Ja, wir haben sie auch schon davon gehabt. Du hast mal gesagt, man erkenne ja anhand, wie ein Auto fährt, was er für einen Charakter hat. Ich glaube, das kann man beim Sport auch sagen. Ja, wenn jemand shootet, also wenn ich so jemandem zulange, im Team, wenn er spielt, dann kann ich eigentlich relativ gut sagen, was er für ein Typ ist. Ja, ist er eher ein Teamplayer oder eher weniger? etwa mal braucht es ja die Dribbler, oder? Es braucht einfach die richtige Mischung. Und finde ich, kann man noch relativ schnell sagen, ja, wie jemand so ist, wenn man ihm beim Shooter zuschaut. Ja, es ist eigentlich wie eine Kirche gemeint, gell? Alles so Mannschaft voller verschiedenen Charakteren und eben, die müssen irgendwie auch dann zusammenpassen, zusammenspielen. Ja, also im Prinzip ist, der Apostel Paulus nimmt das sogar mal als Bild, also nicht gerade Fussball, aber quasi der Körper mit den verschiedenen Körperteilen und die müssen zusammenspielen und wir haben bei unserem Pfarrer-Fussball-Team Passes United genau diesen Spruch, unser Spruch ist «Many parts, one unit». und das geht genau auf den Paulus zurück, also verschiedene Körperteile, aber eine Einheit, eine Gemeinschaft. eine Gemeinschaft. Also was Pfarrermannschaft, also ihr habt ja noch eine eigene Pfarrermannschaft. Ja, der Passes United, das gibt es bei Bündner Landeskirchen, gibt es ja so ein Pfarrer-Fussball-Team, hat auch Pfarrerinnen dabei und mittlerweile auch Pfarrerskinder und so und ja, da haben wir schon verschiedene schöne Spiele gehabt, gegen den FC Nationalrat zum Beispiel. Ach so gut. und haben wir gewonnen. Dort haben wir keine Chancen gehabt. Er hat doch göttliche Hilfe gehabt. Ja, ja, aber der FC Nationalrat auch. Nein, die sind so gut, da haben wir. Aber wir sind in der Stockhorn-Arena gewesen und haben dort spielen im Stadion. Das ist natürlich, haben wir 5-0 aufs Dach gekriegt, aber es ist trotzdem eine schöne Erfahrung. für ein einzigartiges Feeling, Wer hat das schon? Ja. Also kann man sagen, ein Pfarrer ist auch ein Trainer. Das finde ich jetzt noch ein gutes Beispiel. Jetzt kommen wir wieder auf Ideen. Ja, also ich sehe mich durchaus, ja, als Trainer auch, ja. Wenn ich denke, an verschiedene Teams, die ich leiten darf und vielleicht hat auch Gemeindeleiter, hat etwas mit dem Trainer zu tun. auch mal ist man Spielertrainer und auch mal schaut man vom Spielfeldrand aus zu und hat ein paar Anweisungen. Manchmal gibt es auch ein Foul, mit dem Schaum gehen können, gell? auch mal macht man auch selber ein Foul, dann muss man schauen, wie man es wieder in die Ordnung bringt. ich mache das ständig. Vor allem, wenn man so im Eifer drin ist, oder so im Fussballfieber, dann kann es schon gehen, dass man mal ein Foul macht. Ja, ist aber schön, eben Emotionen, ja. Und über Emotionen gibt es ja auch viele Stellen in der Bibel. Ja. Ich glaube, man muss ja auch die Emotionen im Griff haben, gell? Es gibt eine Menge schöne Stellen, ja, dazu. Kommt da gerade eine in den Sinn? Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo es heisst, man soll ein bisschen die Zungen im Zaum halten. Also, weil, ja, japanal ist es halt wirklich, dass man Sachen sagt, die man vielleicht gescheiter für sich behalten hätte. Und darum ist es gut, wenn man jemand mal ein bisschen überlegt, bevor man spricht. Eben, wenn Gedanken zu, Wörter werden. Manchmal rutscht es einfach raus. Also, mir ist das sehr viel passiert. Wir haben auch schon darüber geredet, je älter als du wirst, wird man ein bisschen ruhiger. Ja, das ist mir auch schon so gegangen, dass ich das Gefühl habe. Und nachher, Hand herum, wird aber auch ungeduldiger, wie gewissene Sachen. Und dann rutscht mir auch etwas aus. Also, ich kann mich mal furchtbar rufen. Ich finde das sympathisch. Und eben, Sport hat mit Emotionen zu tun. Und wir sind ja eigentlich auch sportlich unterwegs, kann man sagen. Jede Woche mit Eat Your Bible. Die Bibel hast du wieder parat. Das ist eigentlich unser Hauptteil, wo du zufälligerweise Bibelstelle aufschläst. Und den Bibelspruch, den du dort darauf zeigst, über den diskutieren wir jetzt. Ja, und das ist eine sportliche Herausforderung, Wir wissen, was da auf uns zukommt. Absolut. Ja, und wir sind im zweiten Petrusbrief gelandet. Im ersten Satz, da heisst es Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, die einen Glauben, der dem Unsrigen gleichwertig ist, erlangt haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Ja, wir haben gesagt, heute wird es spartlich. Also, wir müssen das jetzt mal ein bisschen übersetzen. Er sagt einmal zuerst, also ich bin es, der Petrus, höchstpersönlich, der jetzt da an euch schreibt, und ich bin nicht irgendetwas wie ein riesen Held, was man ja auch eigentlich könnte meinen beim Petrus, weil was hat, wie bekannt ist denn der Petrus, sogar der Papst beruft sich auf den Petrus. Das ist natürlich später passiert, aber er könnte jetzt sagen, ich bin der bekannte Jünger, euer Held, ich schreibe euch, aber nein, er schreibt, ich bin ein Knecht, also ich bin ein Diener. Das ist die Aufgabe, zuerst einmal demütig zu sein und als Diener aufzutreten. Und dann kommt dann auch, ich bin aber auch Apostel, so, ich mache das nicht einfach, weil ich das jetzt cool finde oder super finde, sondern da hat mir jemand einen Auftrag gegeben, und der, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Der Jesus hat mir den Auftrag gegeben, ich solle jetzt in seiner Nachfolge das Wort ergreifen. Ich habe vorhin gesagt, eben, manchmal bist du als Pfarrer Trainer, aber wir haben jetzt eben auch ein Sinnbild vom Knecht und auch Demut. Du bist sowohl Trainer wahrscheinlich in der Gemeinde wie auch Knecht für deine Gemeinschaft. Ja, dass du dich in den Dienst stellen kannst. Du stellst dich in den Dienst von einer guten Sache oder in den Dienst von dem Reich von Gott. Und das ist Petrus da sehr bewusst gewesen und das ist etwas, ja, das ist etwas, was mir hilft, mir das auch immer wieder vor Augen zu behalten, nicht abzuheben. Bei all den schönen Sachen oder wo man das Gefühl hat, ja, das kann ich jetzt super gut, finde ich es noch wichtig, am Boden zu bleiben und immer wieder sich zu sagen, du bist im Dienst auch von anderen Menschen unterwegs. Nicht einfach für dich selber. Ein Knecht ist halt keine einfache Geschichte. Die Demut ist auch nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, als junger Radiomoderator habe ich so richtig manchmal den Überschweck gehabt. Wenn du so gute Sendungen gehabt hast, hast du nachher gemeint, du bist der King und irgendwie fliegst du ja dann im Leben ein paar Mal wirklich auf die Schnarre auf Deutsch gesagt und ja, und da lernst du dann eigentlich ein bisschen Demut. Ja, das glaube ich, also so ein bisschen der Überschwang, aber das ist auch irgendetwas wie das Vorrecht vor Jugend, dass man überschwänglich kann sein und dann halt auch mal auf die Nase fällt. Das sind ja eigentlich gute Lehrplätze, die man so hat. Aber das Knechtsein ist so, also Knechte sind ja total alt und hat irgendetwas wie etwas Unpopuläres. Aber ich mag mich erinnern, dass mein Neni hat einmal gesagt, wenn ich ihm etwas geholfen habe, wenn wir etwas miteinander gemacht haben, hat er immer gesagt, so, so, mein Knecht. Und das hat etwas ganz Liebärtiges gehabt. Wie etwas, ja, ich habe dich geholfen und du bist sehr jemandem Wichtiges. Auch wenn jetzt du der Handlanger bist, auch wenn jetzt du noch nicht so viel kannst als junger Mensch oder als Kind, aber trotzdem, das ist sehr etwas Wertschätzendes gewesen, wenn er das gesagt hat. Und so in dem Sinn verstehe ich das. Gerade eben eine Kirchgemeinde, die du als Pfarrer ja auch leitest, bist, du hast mich auch angewiesen auf einen Knecht oder auf mehrere Knechte, die natürlich eben das ganze Gefühl ja unterstützt. Finde man heutzutage noch viele Freiwillige oder hat das aus deiner Erfahrung auch abgenommen? Es ist immer noch schön, wie viele Freiwillige sich bereit erklärt, sich einzusetzen. Ich habe gerade letztens in einem ehemaligen Konfirmand, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er würde gerne etwas machen für die Kirchgemeinde. Und so gibt es ganz verschiedene Leute, die bereit sind, auch jemand, der sich für Kleinkinder viel gesagt hat, ja, schön, dass du mich fragst, ich habe schon lange mal mich reingehen und etwas beitragen. Im Grossen und Ganzen gesehen ist es aber, glaube ich, schon schwieriger zum Freiwilligen finden, weil sich halt auch die Lebenswelt verändert hat. Es ist nicht so, dass sie nicht würdend gerne sich einbringen, aber irgendwann ist einfach die Zeit nicht mehr da. genau. Die Zeit hat sich geändert, ich glaube, darum muss man auch im Kleinen anfangen, also im enger Umfeld, eben schon in der Familie, zu Hause, kann man ja auch mal ein Knecht sein, auch mal einen Gefallen machen oder auch im Freundeskreis. Ich glaube, es sind einfach so die kleinen Nuancen, die man selber trainieren kann, anderen Menschen Freude zu machen. ist eine gute Übung und ist ganz einfach und vielleicht braucht es da auch hin und wieder mal einen Trainer, also vielleicht ist ja auch der Vers so wie ein Trainer, der uns trainiert, der uns so wie vom Spielfeldrand zuruft, vergiss es nicht, dass du auch Diener bist, dass du auch Knecht bist. Es ist ja sogar so, dass Politiker, die sich Minister nennen, Minister heisst ja nichts anderes als Diener, da hat man ja immer das Gefühl, sie seien Fürsten und Königen, aber Minister sind Diener und wenn die schon Diener sind, dann können wir es auch. Ja, das stimmt, eigentlich eben, Politiker dienen uns ja eigentlich auch, dienen dem Volk schlussendlich. Vergisst es manchmal der eine oder andere auch. Ja, darum ist es gut, wieder mal so einen Ruf vor Seitenlinien. Dann mache ich jetzt nicht einmal mehr einen Einwurf. Das ist gut. Nein, es war wirklich ein spannendes Spiel, muss ich sagen. Und wie wir ja versprochen haben, heute ist es sportlich geworden, es ist schon spannend. Ja, es hat gepasst. Also es sind beide ein bisschen schwitzen gekommen. Das auf jeden Fall. Josias, es war sehr schön wieder mit dir. Wir sehen uns in der Woche wieder. Du nimmst deine Bibel wieder mit. Ich sehe, die ist auch schon recht gebraucht. Wie lange hält ihr so Bibel? Ja, ich habe es wirklich, als ich den Rücken der Bibel angeschaut habe, ja, da ist sie wirklich schon kaputt. Bevor sie nicht ganz auseinanderfällt, ballt sie sie jetzt einmal noch. Ah, die hält noch ein paar Sendungen. Ich meinte ja auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Chris. Tschüss, Josias. Tschüss. It's Your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Christrauch im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.